Ja, schönen guten Morgen. Wir sind jetzt aufgeflogen auf die Riederhütte, am Höllengebirge Feierkugl. Das ist unsere erste Hütten, die wir heute versorgen, die macht auch die Erstversorgung für die Saison. Bei der Erstversorgung ist oft sehr viel zu fliegen, ein Haufen Bier, ein Haufen Material, was für eine ganze Saison gebraucht wird. Eine Hubschraube ist jetzt schnell ins Stall runter und hält den Hütten hier drauf und die Arbeiter, die da gebraucht werden, gibt da immer ein bisschen Reparaturarbeiten nach so einem harten Winter auf die Berge herum. Und das Wetter haben wir heute perfekt erwischt, also wenig Wind, Sonnenschein, besser kann es jetzt sein. Wir fliegen aber nicht nur das Bier durch die Gegend, sondern auch euch. Rundflüge könnt ihr ganz einfach buchen auf unserer Homepage www.heli-salzkammergut.at. So wieder mit dem Heli-Salzkammergut geflogen, es war wieder ein Hammer, oder? Obwohl, der Rundflug war spitzenmäßig, aber das Beste war einfach Venedig mit dem Heli-Salzkammergut, für eine Nacht, Venedig und wieder retour, das war das Geilste. Überhaupt! Mit uns fliegt's richtig im Salzkammergut. Mit uns fliegt's richtig im Salzkammergut.